Ein paar Wochen drauf, die heute einen Bericht im Fernsehen gesehen hat, habe ich gesehen, aber ich bin quasi wieder ein wenig kleiner geworden. Ich habe gesehen, dass meine Mutter auch interviewt hat und auf die Frage, was sie so von der Kunst ihre Sohne überhaupt halte, hat sie nur gemeint. Das ist ja keine Kunst, wenn man sich die ganze Zeit von der Arbeit tut, das ist ja Assozial! Ich muss sagen, wer lassen solche Leute überhaupt ins Fernsehen?